Herzlich willkommen zur Vorlesung Elektrische Energietechnik. Die Vorlesung findet dieses Mal in Form von dem sogenannten Flipped Classroom statt. Das heißt, wir präsentieren die Vorlesung hier jetzt über Video. Sie bereiten die vor und wir diskutieren und üben das in Präsenz. Herr Möller wird die Übung veranstalten. Er hat die E-Mail-Adresse mariusklausmöller.upb.de Es gibt auch eine Sprechstunde, Mittwoch von 14 bis 15 Uhr. Dazu gibt es auch noch einen Zoom-Link. Die Prüfung findet voraussichtlich im Februar 2022 in Präsenz statt. Schauen wir uns die Inhalte der Vorlesung mal an. Zunächst mal reden wir über die Energieversorgung. Wir behandeln einige Begriffe wie die Primär-, Sekundär- und Endenergie. Dabei werden wir über die verschiedenen Energiegrößen und Einheiten reden, über den Heiz- und Brennwert und unterscheiden dann zur Berechnung des Primärenergieverbrauchs die Wirkungsgrad und die Substitutionsmethode. Dann werden wir uns ein paar aktuelle Energieflussbilder anschauen und die Endenergieverbrauchssektoren. Schluss noch etwas Literatur. Dann werden wir zu den regenerativen Energien kommen. Dann fangen wir an mit der Wasserkraftnutzung. Zunächst mal die Einführung in die Wasserkraftnutzung. Dann die verschiedenen Arten von Wasserkraftwerken. Laufwasserkraftwerke, Speicherkraftwerke, Pumpspeicherkraftwerke, Meeresströmungskraftwerke. Und wir werden dann die verschiedenen Turbinenarten behandeln. Wir werden diese vergleichen und abschluss etwas Literatur. Dann werden wir über die Windkraftnutzung sprechen, die Eigenschaften des Windes, die Grundlagen dazu, die Windgeschwindigkeitsverteilung, die Höhenabhängigkeit der Windgeschwindigkeit, die Höhenabhängigkeit der Luftdichte, die Leistungsberechnung. Dann behandeln wir die verschiedenen Windkraftanlagen oder abgekürzt WKAs. Zunächst mal Windkraftanlagen mit vertikaler Drehachse, dann mit horizontaler Drehachse. Dann schauen wir uns die historische Entwicklung an und die aktuelle Marktdaten. Auch etwas Literatur dazu. Dann kommen wir zur Sonnenenergienutzung. Schauen wir uns zunächst mal genau die Eigenschaften solare Einstrahlung an. Dann behandeln wir die Nutzung in Form der Solarthermie, solare Flachkollektoren, solarthermische Systeme und konzentrierende Systeme. Und kommen dann zur direkten Umwandlung von solare Einstrahlung in elektrischen Strom, der sogenannten Photovoltaik. Wir schauen uns die Eigenschaften der Photovoltaik-Komponenten an. Dann gehen wir weiter zu Systemen. Wir betrachten Photovoltaik-Energiesysteme und die Marktentwicklung. Auch etwas Literatur dazu. Dann kommen wir zu thermischen Kraftwerken. Zunächst mal etwas thermodynamische Grundlagen dafür. Wir schauen uns thermodynamische Systeme im Allgemeinen an. Das ideale Gasgesetz, Zustandsänderungen idealer Gase. Dann die Kreisprozesse. Zunächst mal ganz traditionell den Carnot-Prozess. Das ist auch der Prozess, der den höchsten Wirkungsgrad hat. Dann den Dieselprozess, wie der Name sagt. Das basiert darauf der Dieselmotor. Und auch noch kurz den Otto-Prozess. Und dann kommt etwas Literatur dazu. Und dann kommen wir schon zu den Kraftwerksarten. Zunächst die Dampfkraftwerke. Wir schauen die Energiewandlung an im Dampfkraftwerk. Den Wirkungsgrad eines solchen Kraftwerks. Der Energieumsatz in der Dampfturbine. Dann kommen wir zu den Gasturbinenkraftwerken. Die basieren auf dem sogenannten Joule-Prozess. Die schauen uns den Wirkungsgrad genauer an des Joule-Prozesses. Den Aufbau und die Eigenschaften einer Gasturbine. Das sind sogenannte G- und D-Kraftwerke. Das sind Gas- und Dampfkraftwerke. Und dann geothermische Kraftwerke. Wir schauen das ein bisschen genauer an. Wir schauen uns das Vorkommen an. Wo gibt es Geothermie? Und wie sind zunächst mal Heizwerke an? Dann schauen wir uns die Kraftwerksprozesse an. Und kommen auch noch zu den solarthermischen Kraftwerken. Das Parabol-Rinn-Kraftwerk als Beispiel und das Solarturm-Kraftwerk. Ganz kurz noch eine DISH-Stirling-Anlage und haben etwas Literatur dazu. Dann kommen wir zum zweiten großen Teil. Wir haben praktisch den Strom jetzt erzeugt. Und jetzt geht es, den zum Verbraucher zu bringen und entsprechend anzupassen. Zur Umwandlung und Netze ist das Kapitel überschrieben. Schauen wir uns zunächst mal hier die Eigenschaften elektrischer Energie an. Aufbau der elektrischen Energieversorgung mit all ihren Komponenten. Den Kraftwerkseinsatz. Die Netzplanung. Und kommen dann zur Grundlagen der elektromechanischen Energiewandlung. Den Überblick Bedeutung elektromechanischer Energiewandler. Dann die sogenannten elektrischen Betriebsmittel. Zunächst mal die Synchronmaschine. Man nennt es Maschine, weil es sowohl als Motor als auch als Generator betrieben werden kann. Drehstrom-Transformatoren. Dann die Leistungsbilanz. Dann schauen wir uns das Drehstromsystem an. Drehstromnetze. Begriffe des Drehstromsystems. Beschreibung des Drehstromsystems. Die Leistungen in Wechsel- und Drehstromsystemen. Die Drehstromtechnik. Die Erzeugung symmetrischer Spannungen. Symmetrische Belastung. Und natürlich auch dann die unsymmetrische Belastung. Und symmetrische Komponenten. Im sogenannten Mit-, Gegen- und Nullsystem. Dann kommen wir zur Übertragung elektrischer Energie, Leitungen, Aufbau von elektrischen Leitungen, das entsprechende elektrische Ersatzschaltbild, die Leitungsparameter, Blindleistungsbedarf von Leitungen, die sogenannte natürliche Leistung. Das Betriebsdiagramm, dann die Übertragungsnetze, Übertragungssysteme, einphasige Systeme, dreiphasige Systeme und sogenannte HGU-Anlagen. Das heißt also Hochspannungs-, Gleichspannungsübertragungsanlagen. Die Struktur von Drehstromnetzen, Niederspannungsnetze, Mittelspannungsnetze und Hoch- und Höchstspannungsnetze. Dann die Energieversorgungsnetze im symmetrischen Betrieb, Aufbau des Netzbetriebs, Per-Unit-Systeme, sogenannte Last-Fluss-Berechnung. Dann etwas Allgemeineres, die Energieversorgung und Energiewirtschaft. Wir schauen also den elektrischen Energiebedarf an, die Entwicklung der elektrischen Energieversorgung, ähnlich wie wir das jetzt ganz am Anfang behandeln. Die Aufgaben der zukünftigen Energieversorgung, Kostenrechnung, Gestehungskosten, Verlustbewertung, Ausgleichsenergien und kommen zu inzwischen einem relativ wichtigen Kapitel, den elektrischen Energiespeichern. Ja, das wäre es von der Einleitung, von der Übersicht. Wir kommen jetzt zunächst mal zu den einzelnen Begriffen. Zunächst mal der Begriff Primärenergieträger. Als Primärenergieträger wurden in der Natur in ihrer ursprünglichen Form dargebotenen Energieträger, zum Beispiel Steinkohle, Braunkohle, Erdöl, Erdgas, Holz, Kernbrennstoffe, Wasser und Sonne bezeichnet. Genau betrachten wurden eigentlich die fossilen Energieträger wie Kohle, Erdöl und Erdgas durch die Umwandlung der Sonnenenergie erzeugt. Brauchte ziemlich lange, rund 150 Millionen Jahre. Und wenn man sieht, wie viel davon übrig ist, ist der Insgesamtwirkungsgrad eigentlich relativ schlecht. Durch ein- oder mehrfache Umwandlungsschritte kann nun diese Primärenergie in elektrische Energie als Sekundärenergie umgewandelt werden. Elektrische Energie in ihrer eigentlichen Form ist für den Menschen nicht direkt nutzbar. Sie muss dann erst wieder nochmals umgewandelt werden, zum Beispiel mittels eines Elektromotors wiederum in mechanische Energie. Zunächst mal von den Einheiten, normalerweise sind wir die SI-Einheiten, das heißt Joule ist unsere Grundeinheit. Da wir hier in der elektrischen Energietechnik sind hier praktisch an der dritten Spalte Kilowattstunden oder Megawattstunden, Gigawatt- oder Terawattstunden ausschlaggebend. Kilokalorien wurde, kann man ganz vergessen, das soll man nicht mehr benutzen, genauso eigentlich die Kilogramm Steinkohleinheiten, SKE oder RÖE, Rohöleinheiten oder Kubikmeter Erdgas. Zumal diese Einheiten ja nicht konstant sind, sondern die hängen immer von der Qualität des Materials, also vom Öl oder vom Steinkohleinheit, von der Kohle und dem entsprechenden Wassergehalt. Die Vorsätze und Abkürzungen dazu und was sie bedeuten, kennen Sie natürlich Kilo, kleines K, heißt mit dem Faktor 1000 multiplizieren, 10 hoch 3, großes M, Mega, das ist eine Million, 10 hoch 6 wird es multipliziert, also auf keinesfalls mit dem kleinen M abkürzen, das heißt nämlich Milli und heißt 10 hoch minus 3. Giga, großes G, 10 hoch 9, Tera mit einem R geschrieben, großes T, 10 hoch 12, Peta, 10 hoch 15, Exa, haben tatsächlich auch was mit zu tun, wenn man den gesamten Energieverbrauch der Welt betrachtet, sind es einige Exajoule, das ist eine Trillion, das ist 10 hoch 18. Die kleineren Einheiten, Millimikro und so spielen eigentlich in der Energietechnik relativ geringe Rolle. Hier oben haben Sie gesagt, eine Matrix, wo Sie die entsprechenden Einheiten umrechnen können, weil doch einige Publikationen, die greifen doch noch auf die Rohöleinheiten bzw. Steinkohleinheiten zurück, was eigentlich der Form gar nicht mehr zulässig wäre. Zunächst mal die Umwandlung von Primärenergie in Wärme, das handelt von dem sogenannten Brenn- und Heizwert, praktisch der Brennstoff wird oxidiert und es entsteht Reaktionswärme und die wollen wir nutzen. Die frei werdende Wärme wird durch die folgende Gleichung beschrieben, q gleich m mal h, m ist die Masse des verbrannten Brennstoffes, Einheit ist davon Kilogramm, h ist der sogenannte Heizwert des Brennstoffes, dabei ist die Einheit von h Joule je Kilogramm. Im Grunde müsste man sagen, der spezifische Heizwert des Brennstoffes. Es wird unterschieden zwischen dem spezifischen Heizwert, h mit dem Index i, früher wurde es aus sogenannten Unterheizwert bezeichnet, h Index u, der bezeichnet die aus dem Brennstoff gewinnbare Energie bei einer vollkommenen Verbrennung abzüglich der Verdampfungswärme des entstehenden Wasserdampfes. Natürlich ist jeder Brennstoff irgendwo feucht und damit man, da wird natürlich Energie verloren, weil der Wasserdampf zunächst verdampft wird beim Verbrennen und dann hat man als anderen Wert noch den sogenannten spezifischen Brennwert. Der ist die gesamte gewinnbare Energie inklusive der Verdampfungswärme. Die kann man natürlich nicht nutzen, weil das Wasser natürlich zuerst verdampft werden muss. Das ist ein Grunde, die theoretisch mögliche chemische Reaktionswärme, die da frei werden könnte. Wie gesagt, für uns relevant ist praktisch der spezifische Heizwert, das ist tatsächlich die Energie, die man hier eigentlich nutzen kann. Klar ist, HI ist natürlich kleiner gleich am HO, also der obere Heizwert oder HS, der spezifische Brennwert. Bei gasförmigen Brennstoffen wird beim Brennwertstatt der Masse oftmals auf das Volumen bezogen, zum Beispiel Gas oder sowas, dann redet man mal von Joule pro Kubikmeter. Hier ein paar Beispiele von Brenn- und Heizwerten von flüssigen Brennstoffen. Zunächst mal hier die Dichte an der ersten Spalte von Benzin beträgt die 0,76 Kilogramm pro Kubikdezimeter oder anders gesagt Liter. Da hat man praktisch die Zusammensetzung und dann den oberen und unteren Heizwert beträgt, wie gesagt, der chemische Heizwert ist praktisch die 46,5 und der Heizwert ist dann die 43,5 Megajoule pro Kilogramm. Bei Diesel sieht es ähnlich aus, dann haben wir das Benzol, Heizöl und so, liegen eigentlich alle im ähnlichen Bereich. Betrachten wir das Ganze mal an einem Beispiel. Wir haben jetzt hier 1000 Kilogramm Wasser, also eine Tonne Wasser. Das soll von 15 Grad, also Leitungswasser, auf 100 Grad Celsius erwärmt werden. Es geht darum, welche Wärmemenge braucht man dafür und am Schluss idealerweise, wie viel Brennstoff brauchen wir. Wir berechnen das am Beispiel jetzt mal vom Heizöl aus. Wir haben die Wärmekapazität von Wasser von 4187 Joule pro Kilogramm Kelvin. Daraus ergibt sich eine Wärmemenge von Q gleich 355,9 Megajoule. Mit der Heizölerwärmung vom Typ M brauchen wir dann M gleich Q durch den unteren Brennwert brauchen wir dann 8,723 Kilogramm Heizöl vom Typ M. Hier haben wir eine weitere Tabelle mit festen Brennstoffen auf der letzten Spalte. Hier sehen wir die entsprechenden Heizwerte, also von zum Beispiel von Holz, entspräche das hier 15,3 Megajoule pro Kilogramm. Ist natürlich nur ein Drittel von dem, was in Benzin steckt. Torf noch ein bisschen weniger und Braunkohle fließt das eigentlich relativ schlecht. Hier die sogenannte Senke-Diagramm, Umwandlängs-Diagramm. Zunächst mal kommt hier rein die Primärenergie. Dann wird es umgewandelt in Kraftwerken, Raffinerien oder Biogasanlagen. Man sieht, es gibt einen Pfeil nach rechts. Das sind praktisch die Verluste und das wird von dem Pfeil abgezogen. Bleibt nur noch die Sekundärenergie übrig. Dann hat man wiederum Verluste, zum Beispiel beim Transport. Das ist die Endenergie und kann zum Beispiel jetzt auch elektrische Energie sein. Und am Schluss, wenn man zum Beispiel jetzt Kaffeemühle antreibt, das ist im Grunde diese mechanische Energie. Dem Beispiel ist die Nutzenergie. Können natürlich andere Energien auch Formen sein. Natürlich irgendwie Wärme oder Licht oder nach dem kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Die Methoden. Die Substitutionsmethode zur Bestimmung des Primärenergiebedarfs ist eigentlich normalerweise die eingängige. Bei der Substitutionsmethode werden der Heizwerte eingesetzten Mengen der Energieträger zugrunde gelegt. Und kurz gesagt, man überlegt sich halt, wie viel Primärenergie man von konventionelles Kraftwerk benötigen werden, um denselben Effekt zu erzielen. Also Sie haben jetzt eine Photovoltaikanlage, die produziert so und so für Kilowattstunden an elektrischen Strom. Wie viel Primärenergie würde jetzt ein Steinkohlekraftwerk benötigen, um die gleiche Menge an Strom zu erzeugen? Gleichzeitig ist aber so, dass nicht nur Strom, sondern auch Wärme erzeugt wird. Die Wärme wird dann natürlich jetzt nicht berücksichtigt. Deshalb wurde auch diese Substitutionsmethode abgelöst. Aber was heutzutage eingesetzt wird, ist die sogenannte Wirkungsgradmethode. Da kommen wir jetzt gleich darauf zu sprechen. Man sieht hier zum Beispiel jetzt, wenn man das mit dem Wirkungsgradprinzip, das wir gleich behandeln werden, berechnet, kommt man nur auf einen Anteil regenerativer Energien von 4,6%. Inzwischen ist natürlich sehr viel mehr. Und nach der Substitutionsmethode, wie gerade geschildert, käme man auf 6,6%. Jetzt kommen wir zur Wirkungsgradmethode. Das wird seit 1995 standardmäßig verwendet. Da wird der Heizwert einmultipliziert. Und das Problem ist natürlich bei Energieträgern, die jetzt keine Wärme als Zwischenendprodukt haben, also keinen Primärenergiebedarf haben, aber es wird praktisch dafür so getan, als ob das Endprodukt zum Beispiel bei der Photovoltaik die elektrische Energie, die Primärenergie wäre. Was natürlich ein bisschen ungerecht ist, weil ein normales Kraftwerk, das 60% an Wärme verliert, kommt dann auf einen höheren Primärenergieanteil, obwohl es eigentlich nur gleich viel Strom erzeugt. Genau, das ist, was ich gerade gesagt habe. Bei der Stromerzeugung aus regenerativen Energien wie Wasserkraft, Wind oder Photovoltaik fließt ausschließlich die erzeugte elektrische Energie in Primärenergieverbrauch ein. Dadurch wird ein Wirkungsgrad von 100% zur Berechnung des Primärenergieverbrauchs angenommen. Dadurch sind die Energieträger im Vergleich zu fossilen oder nuklearen Energieträgern, bei deren Umsetzung ein geringer Wirkungsgrad eingesetzt wird, in den Statistiken zum Primärenergieverbrauch stark unterrepräsentiert. Zum Beispiel, wenn man jetzt die Kernkraft nimmt hier, wo man auch die Wärme nicht nutzt, normalerweise in Deutschland ist der Faktor 3 da noch drin. Also für die gleiche Menge an Endenergie, das heißt elektrische Energie, braucht man dann praktisch beim Kernkraftwerk das Dreifache an Primärenergie. Und dann sieht es bei Statistiken so aus, als ob der Kernkraftanteil eigentlich größer ist, obwohl der produzierte Strom nicht so groß ausfällt. Im Grunde kann man eigentlich sagen, dass es sowieso sinnvoll ist, gar nicht diese Primärenergieberechnungen immer zu machen, sondern einfach von hinten rausgeht, also von der Nutzenergie. Wie viel brauche ich, um die entsprechende Nutzenergie bereitzustellen? Genau hier noch ein Beispiel, wie die Statistiken dadurch ein bisschen verfälscht werden, bei diesem Wirkungsgradprinzip. Zum Beispiel hat Norwegen einen sehr hohen Wasserkraftanteil, sieht dann aber so aus, als hätten die einen besonders niedrigen Primärenergiebedarf und erscheinen dann energieeffizienter, als es tatsächlich der Fall ist. Auch beim Stromaußenhandel geht der Primärenergieverbrauch mit ein. Da wird beim Salto des importierten Strom Wirkungsgrad von 100% angenommen. Deutschland ist seit 2003 Salto-Exporteur und als Beispiel wurde 2013 hier genommen, hat man einen Exportüberschuss von 5% der Bruttostromerzeugung. Kommen wir nachher nochmal drauf. Die ermittelten Energie waren praktisch im Primärenergieverbrauch summiert. Was wir hier sehen, ist die Entwicklung des Primärenergieverbrauchs in Deutschland, also nicht des Endenergieverbrauchs, sondern des Primärenergieverbrauchs in Deutschland, von 1990 bis 2020. Man sieht, in letzter Zeit hat es da ein paar Fortschritte gegeben. Das heißt, der Primärenergieverbrauch ist da etwas gesunken. Durch Corona-bedingt hat es jetzt mehr oder weniger zufällig genau den Klimaschutzvorgaben entsprochen, die hier in rot eingezeichnet sind. Und man sieht hier oben angezeichnet den Anteil der Erneuerbaren, der sich da stärker ausweitet. Wie gesagt, wenn man das Ganze mit der Substitutionsmethode machen würde, wäre das noch eklatanter. Hier sieht man die Sektoren des Primärenergieverbrauchs oder die verschiedenen Arten des Primärenergieverbrauchs, also die Energieträger zunächst am meisten. Das Mineralöl mit 35,3 Prozent, das sind die Vorjahreswerte. Das liegt natürlich daran, dass man einen sehr hohen Anteil des Energieverbrauchs auf dem Verkehr fällt. Das ist natürlich auch zu berücksichtigt, dass in Zukunft, wenn alles elektrisch abgewickelt werden soll, natürlich auch einen viel höheren Wirkungsgrad. So eine elektrische Maschine hat einen Wirkungsgrad von über 90 Prozent. Batterie auch in ähnlicher Größenordnung, also dass die Energie viel effizienter genutzt wird. Beispiel, so ein Elektroauto hat etwa einen elektrischen Energieverbrauch von 15 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das entspricht ungefähr 1,5 Liter an Benzin. Normalerweise natürlich beim Verbrennungsmotor sind die Verluste viel größer, liegen rund bei 70 Prozent und dementsprechend braucht man auch rund das Dreifache an Heizwert bzw. an Brennstoffen dafür. Dann an zweiter Stelle haben wir das Erdgas mit rund 24,9 Prozent und die Steinkohle und Braunkohle und so weiter. Ich sage, dass es mit der Wirkungsgradmethode berechnet ist, sehen die Erneuerbaren eigentlich weniger aus, als sie sind. Wenn man nachher direkt nur zum Stromverbrauch kommt, sieht man, dass sie doch wesentlich mehr ausmachen. Was man hier sieht, ist die Entwicklung der Kohlendioxid-Emissionen oder beziehungsweise auch der Äquivalente. Das heißt, auch die Freisetzung von anderen Treibhausgase wie Methan sind hier mit berücksichtigt. Man sieht, dass vor allem die Energiewirtschaft seine Hausaufgaben gemacht hat. Also da gab es eine erhebliche Senkung des CO2-Ausstoßes, während andere Sektoren, vor allem der Transport, fast gar keine Senkung erreicht hat. Im Gegenteil, in letzter Zeit gab es da sogar eine leichte Anhebung der CO2-Emissionen. Hier sieht man die CO2-Ausstöße. Zunächst mal nur beim Heizwert. Also wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man auf der ersten Zeile kommt, die Braunkohle, wenn die nur verheizt wird und dieses Kilowattstunden nicht der elektrische Strom entspricht, sondern der thermischen Energie, hat man einen CO2-Ausstoß von rund 360 Gramm pro Kilowattstunde thermische Energie. Wenn man das Ganze natürlich in einem Braunkohlekraftwerk in elektrische Energie umwandelt, kommt der Wirkungsgrad noch dazu und damit steigt der CO2-Ausstoß erheblich. Man liegt dann im Schnitt bei 1153 Gramm pro Kilowattstunde. Steinkohle ist ein bisschen besser, liegt man aber für den Heizwert bei 340 Gramm pro Kilowattstunde, für die elektrische Stromerzeugung bei 949 Gramm pro Kilowattstunde. Artgas ist erheblich besser, also rund nur die Hälfte, kann man etwa sagen. Bietet noch andere Vorteile, dass es natürlich viel flexibler ist, und das Gaskraftwerk ist relativ klein und lässt sich relativ schnell hoch und runter fahren, im Gegensatz zu einem Braunkohlekraftwerk, und lässt sich damit besser mit stark variierenden Erneuerbaren wie Wind und Solarenergie kombinieren. Bei Windenergie und Solarenergie und Wasserkraft hat man eigentlich keinen direkten CO2-Ausstoß. Die Werte, die hier angegeben sind, entstehen aus der sogenannten grauen Energie, praktisch die Energie, die zu viel notwendig war, um eine Windkraftanlage aufzubauen. Das ist natürlich auch Energie notwendig. In Deutschland läuft es nicht völlig CO2-frei ab. Wenn aber zum Beispiel das Aluminium so in Norwegen hergestellt wird, ist tatsächlich auch dieser Wert noch mal ein Stück niedriger, weil natürlich mit der Herstellung auch kein CO2 einhergeht. Sieht man das Ganze ähnlich, weil das auch glaubt. Beim Kernkraftwerk ist es natürlich auch so, dass die Rohstoffe auch gefördert werden müssen, transportiert werden müssen. Ebenso muss das Kernkraftwerk erstellt werden. Deshalb ist es auch nicht ganz CO2-frei, sondern liegt da sogar noch schlechter als zum Beispiel hier die Wasserkraft oder die Photovoltaik oder der Windstrom. Hier sieht man noch mal so ein Senke-Diagramm, das Energiefluss-Diagramm in Deutschland. Es kommt wahrscheinlich hier relativ klein aus. Sie können es praktisch auf der PDF-Folie noch mal genauer ansehen. Hier haben Sie die verschiedenen Sektoren, Industrie, Verkehr und Haushalte auf der rechten Seite, Gewerbe, Dienstleistungen. Und dann hat man auch noch, wenn Sie da oben schauen, Export und so weiter, nicht energetischer Verbrauch. Das heißt natürlich, aus Mineralöl werden auch Kunststoffe erzeugt, Umwandlungen, Umwandlungsverluste und so weiter. Die werden da hier alle mit aufgezeigt. Werfen wir einen Blick auf die Endverbrauchssektoren. Der Endenergieverbrauch Deutschlands im Jahr 2019 betrug rund 9000 Petajoule. Der größte Sektor war der Mobilitätssektor mit rund 30,6 Prozent, gefolgt von der Industrie mit rund 28 Prozent, wobei bei der Mobilitätssektor der größte Teil in mechanischer Energie anfällt. Bei der Industrie sind es nur rund ein Viertel, rund 75 Prozent in Form von Wärmeenergie gebraucht. Bei den Haushalten, wo rund 90 Prozent werden in Form von Wärme genutzt, insgesamt beträgt der Anteil der Haushalte rund 26,5 Prozent. Etwas abgeschlagen ist die Gewerbedienstleistungen mit rund 14,8 Prozent. Hier sieht man den Gesamtenergieverbrauch nach Anwendungsbereichen. Das ist ein bisschen älter, jetzt von 2016, aber hat sich nicht so viel geändert. Großteil der Energie wird in mechanische Energie umgewandelt. Natürlich beim Verkehr fast vollständig, also wir wollen die Energie zur Fortbewegung nutzen. Auch Raumwärme macht erheblich was aus, rund 28 Prozent. Dann haben wir noch Prozesswärme, zum Beispiel zur Herstellung in Fabriken und so weiter. Dann Warmwasser und Beleuchtung, IKT mit 2 Prozent, kommt man hier ein bisschen wenig vor. Hat wahrscheinlich inzwischen doch ein bisschen zugenommen. Klimakälte 0 Prozent ist auch wahrscheinlich ein bisschen höher. Was man hier sieht, sind die Energieverbräuche im Haushalt im Jahr 2019, insgesamt 3621 Petajoule. Für die Heizung wird am meisten gebraucht. Das sind rund 45,2 Prozent, gefolgt vom Pkw mit 33,7 Prozent. Beleuchtung nur ein Prozent. So Energiesparlampen bringen zwar was, aber machen am Gesamtenergieaufkommen des Haushalts relativ wenig aus. Hier haben wir praktisch direkt den Stromverbrauch der Haushalt in 2018. Das ist nicht Gesamtenergieverbrauch. Bei der Raumwärme sind es nur Heizungen, die elektrisch betrieben werden. Großteil der Heizung wird natürlich nicht elektrisch betrieben. Großteil aber des Warmwassers wird natürlich elektrisch aufgeheizt. Hier macht natürlich 12,1 Prozent des elektrischen Energieverbrauchs in Haushalten aus. Sonstige Prozesswärme sind natürlich Öfen oder Kochplatten. Die machen rund 30,2 Prozent des Haushaltsstromverbrauchs aus. Kälte ist 22,4 Prozent, also Kühlschränke, Gefriertruhen und so weiter. Klimakälte macht noch nicht viel aus. In anderen Ländern ist es anders aus. Da werden die Energieverbrauch der Klimaanlagen den Hauptanteil des Stromverbrauchs aus. Dann natürlich so elektrische Energie, irgendwelche Mixer, Kaffee, Mühlen und so weiter. Und hier sieht man doch, dass die Informations- und Kommunikationstechnik doch inzwischen einen erheblichen Anteil ausmacht mit knapp 17 Prozent. Beleuchtung rund 8 Prozent. Gut, wird ein bisschen abnehmen, weil wir jetzt hauptsächlich durch den Einsatz der LEDs, die der energetische Aufwand zur Beleuchtung doch erheblich geringer ausfällt. Kommen wir zur Netto-Stromversorgung. Da gibt es oft einen Unterschied zwischen Netto- und Brutto-Stromerzeugung. Was man oftmals sieht, sind die Bruttostromerzeugungsbeträge. Da ist natürlich auch der Stromverbrauch, die der Braunkohlebagger braucht, usw. mit berücksichtigt. Finde ich jetzt nicht ganz fair, weil das praktisch im Grunde ist ja, das ist ein Eigenverbrauch der entsprechenden Gewinnungsmethoden und des Kraftwerkes. Und finde tatsächlich die Netto-Betrachtung besser, dass man tatsächlich sieht, was hinten rauskommt. Das ist tatsächlich die Netto-Erzeugung in Deutschland. Das ist für das Jahr 2019. Da haben wir rund netto, also ohne Strom, Eigenverbrauch der Kraftwerke usw. rund 518,13 Terawattstunden elektrischen Strom erzeugt. Davon war ein relativ großer Anteil erneuerbar, 46%. Und die Aufteilung sehen Sie, also ein Großteil war davon Windenergie, aber auch nicht unbeträchtlicher Anteil an Photovoltaik. Links sehen Sie auch noch die Anteile, die restlichen Anteile, Kernkraft, Braunkohle usw. Vor 2020 gibt es ganz erfreuliche Nachrichten. Da gibt es bis jetzt, als ich das aufgenommen habe, bis zum 1. Juli 2020 einen Anteil von 55% an Erneuerbaren. Hier sehen Sie für das Jahr 2020 die endgültigen Zahlen des Netto-Stromverbrauchs. Das heißt, ohne den Eigenverbrauch der Kraftwerke, das war in dem Jahr über 50%. Die Energiequelle, die am meisten benutzt wurde, war der Wind, gefolgt von der Braunkohle und Kernenergie, gefolgt dann von der Solarenergie. Kommen wir jetzt genau zu diesen erneuerbaren Energien. Zunächst einmal Vorbemerkungen dazu. Regenative Energien zeichnen sich dadurch aus, dass diese nicht einem endlichen Energievorrat entstammen, sondern im menschlichen Maßstab betrachtet nicht endlich bzw. erneuerbar sind. Zudem sind sie im Lebenszyklus betrachtet emissionsfrei. Zu den regenerativen Energien zählt man Sonnenenergie, Wind- und Wasserkraft, Geothermie sowie Energie aus Biomasse. Generell beobachtet man bei fossilen Energiequellen langfristig, also über Jahrzehnte, eigentlich eher eine steigende Preistendenz. Im Augenblick ist das nicht der Fall, weil ein Überangebot da ist. Während bei den erneuerbaren Energien ist eher tendenziell eine fallende Preistendenz zu beobachten. Das liegt am technologischen Fortschritt und der Verfügbarkeit und der Massenproduktion. Hier dazu noch etwas Literatur und ein paar Links dazu.